Musik 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 Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Orient the Blind Forest und mir wurde noch gesagt, dass hier unten ein weiterer Teil der Story sein müsste, also dieser Story von ähm von Naru was ich ja gerade die ganze Zeit suche, deshalb werde ich jetzt dann auch mal versuchen da weiter zu gehen Eigentlich müsste ich da ja auch hinkommen Eigentlich Ich probiere es einfach mal Ich habe hier gespeichert, kann ja nichts passieren Juhu Kann ja nichts passieren Nein, natürlich nicht Oh Gott, ich muss erstmal wieder in diese Steuerung reinkommen Das ist ja fürchterlich Okay Könnte sich etwas schwieriger gestalten, als ich das erwartet habe Äh Okay Ähm Ich probiere es Äh Aua Na gut, okay Das hat funktioniert Das ist schon mal viel wert Ich habe Angst Ich habe Angst Äh Ich war hier unten schon mal, richtig? Ja, ich war hier unten schon mal Geh weg Geh weg Böses, böses Fu Böses Fu Geh weg Aua Scheiße Okay, das hier ist jetzt äh Könnte ein bisschen tricky werden Ich probiere es aber mal Ach verdammt Genau das Problem hatte ich nämlich beim letzten Mal auch, als ich das hier versucht habe Ach man Okay, noch ein Stück zurück Komm schon Jawohl Ich muss den komischen Frosch töten Ach verdammt Ja Ja Und nochmal Ja, geschafft So, jetzt komme ich nämlich hier durch Hahaha Jetzt habe ich nur noch eine Speicherzelle Ja, nice Aber Hup Eine Fähigkeitenzelle Leben Und Speichergedöns Das ist cool Das freut mich So Dann Waa So Jetzt geht es Da unten Genau, da geht es weiter Ich hab Angst Ich hab Angst Ah Oh, äh Hä? Und wie komme ich hier durch? Spürt Spürt Kapit Der, 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 äh Aua, aua, aua Komm schon Mann, Mann, Mann Das ist ja schwierig hier Okay, wie komme ich jetzt dahin? Ah, ich verstehe. Okay, ich hab... Ja, ich verstehe. Okay. Zack. Zack. Yeah. So komme ich da hin. Sehr gut. Äh. Gut, dann speichere ich jetzt hier einmal. Ähm. Ich hab ja ein bisschen Schiss. Oh mein Gott. Ah. 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 Oha. Nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bitte lasst mich nicht sterben. Ah. Ich muss die Viecher da oben... Oh Gott, ich muss die töten. Nein. Wie soll ich das denn machen? Oh, ich glaub, ich weiß sogar wie. Mit den Dingern hier? Kann ich die damit töten? Oh, verdammt. Nein, ich kann die gar nicht benutzen, um mich da hoch zu... ...dingsen. Ach man. Kommt schon. Au. Au. Okay. Jetzt aber. Nein! Ich hab nur noch einen. Was soll denn die Kacke? Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Bin mir jetzt nicht... Aua. So ganz sicher, was ich hier tun muss. Um ehrlich zu sein. Aua. Aua. Ne, damit treffe ich die nicht. Das hat keinen Sinn. Aber wie soll ich das denn denn machen? Die sind ja witzig, ey. Aua. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Oder muss ich... Okay, wartet. Aua. Okay, ich bin tot. Vielleicht kann ich ja die Vögel benutzen, um die anzugreifen. Okay, ich versuch's einfach mal. Okay, ja. Nice. Ähm. Läuft doch bei mir, ne? Nein, nein, nein. Ich... Fuck. Muss ich denn überhaupt hier runter? Ja, ich muss leider hier runter. Ach, verdammte. Okay. Ah. Okay, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin doch nicht tot. Ein Leben hab ich noch. Yay. Okay. Okay, ich versuch's nochmal mit. Okay. Okay, jetzt hab ich nur noch den einen. Das ist sehr gut. Jetzt probier ich es nämlich mal... ...hier mit. ...hier mit. Puh. Okay. Ich hab's geschafft. Auch wenn es ziemlich schwierig war. Ei, 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 ei. Uah. Affe, affe, affe. Hilfe. Ah. Zack. Puff. Tada. Was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Komm ich jetzt hier runter? Jetzt komm ich runter. Kam ich hier vorher nicht runter? Anscheinend nicht. Und hier? Wie geht's jetzt weiter? Hm. Okay, ich speicher hier auf jeden Fall mal. Oh, ich weiß nicht, ob ich das brauchte. Ich hoffe einfach mal nicht. Oh, es ist so schön hell hier überall. Geh weg. Fisch. Böse Fisch. Die muss ich doch irgendwie weiterkommen. Ist nur die Frage wie. Lichtstrahl. Nutze den Stoßangriff. Mit dem Lichtstrahl im größeren... Achso. Achso. Ja, das hab ich doch sowieso schon herausgefunden. Huch. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Okay. Ach, ich verstehe. Hä, aber wie soll das denn gehen jetzt? Sobald ich hier wieder runtergehe, ist doch... Oh. Oh, ich glaube... Okay, warte, ich... Instabiler Boden? Das ist kein instabiler Boden. So. Höh. Okay. Okay. Kann ich damit auch dieses Dingsbums da kaputt machen? Nein. Wow. Toll. Jetzt hängt es da oben. Oder muss ich das vielleicht... Wartet. Puff. Puff. Ja. Nice. Cool. Jetzt komm ich hier trotzdem nicht weiter. Och, Manu. Was soll denn das? Oh, ihr seid doch fies. Nee, damit mach ich das nicht auf. Okay. Also irgendwie... Weiß ich nicht. Komme ich hier noch nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich hier auch gar nicht hin. Huh. Wahrscheinlich... Muss ich eher hier in diese Richtung irgendwo. Wah. Aber hier komme ich doch auch nicht weiter. Ich verstehe es nicht. Was muss ich denn tun? Hier muss es irgendwo was geben, womit ich... diesen komischen Hebel da aktivieren kann. Ups. Aua. Komm schon. Hm. Ich weiß nicht was und wo und wie und... Hey. Buah. Ach, das ist so nervig, wenn man nicht weiterkommt. Komm schon. Komm schon. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Was geht denn hier ab? Ach, also wieder. Aua. Okay, irgendwie muss ich doch hier weiterkommen. Bin ich heute einfach so schwer vom Begriff oder was ist los? Ich verstehe es echt nicht. Oder muss ich hier die beiden wieder? Nee. Nee, bestimmt nicht. Nee, ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise muss man irgendwelche komischen Blüten aktivieren. Oder irgendwelche Hebel runterstampfen. Aber ich weiß einfach nicht welche. Aua. Stirb du Misting. Meine Fresse. Nee, auch nicht. Okay, ähm. Ich weiß es nicht, Leute. Ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Was ich hier tun muss. Wo ich was tun muss. Offensichtlich hat es irgendwas damit zu tun, dass ich hier hoch muss. Aber ich komme ja hier oben auch nicht weiter. Ich weiß einfach nicht, was hier, äh, was hier. Oder kann ich das Ding inaktivieren? Nee, kann ich nicht. Ist doch, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Ich könnte noch versuchen, da hochzukommen. Hier ist ein Hebel. Nein. Ah, falsch. Stammt. Ich verwechsel immer. Äh. Das hier muss ich drücken für den Hebel. Okay, dann komme ich da hin. Ist ja super. Komme ich dann wenigstens auch weiter? Das wäre ja blendend. Ah, okay. Ist mal wieder das same procedure. Ja, nice. Okay. Hier habe ich dann jetzt, aua. Okay. Hier habe ich jetzt das für da. Oh, meine Güte. Ach Gott, wie lange das einfach dauert, bis ich, aua, hier mal alles durch habe, ey. Ach, jetzt muss, oh. Hi. Uh. Hey, ein Leben noch. Okay, ich kann ein bisschen, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich habe noch nicht gespeichert. Oh, verdammt noch mal. Wow. Okay, ich habe tatsächlich noch alle Leben. Ich bin voll begeistert. Jetzt nicht mehr. Ha, verdammt. Da unten kann ich mir noch was holen. So, jetzt kann es weitergehen. Ich werde das Ganze ein bisschen zusammenschneiden. Keine Panik. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ist richtig. Erst wenn man die Leute vergisst, sterben sie wirklich. Oh, ein Brunnen. Oh Gott, das ist wunderschön hier. Ist ja Wahnsinn. Oh, so wundervoll. Ich muss einmal kurz gucken, ob ich hier alles habe. Da hinten habe ich tatsächlich noch was übersehen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt... Ich versuch's einfach mal. Noch einmal kurz da hinten in die Ecke gucken. Habe ich da nicht doch noch irgendwas... Oh, ich habe nicht gespeichert. Ich speichere einfach hier. So. Zwei Fähigkeitspunkte mal wieder. Ermöglicht es, Uri Feinde mit einem Torosprint anzugreifen. Das ist ziemlich cool. Fähigkeitszellen werden auf der Karte angezeigt. Ich nehme das mal. Dann kann ich jetzt nämlich auch sehen. Sehen... Da unten ist nämlich eine Fähigkeitszelle. Da ist eine. Und die hole ich mir jetzt nämlich auch noch. So. So. Wie komme ich denn da hin? Die sind ja witzig. Ach, ich glaube, ich weiß wie. Oder? Oder auch nicht. Hm. Verdammt. Ich habe ja gespeichert da drüben, ne? Okay, das funktioniert schon mal nicht. Das ist doof. Wie komme ich denn da hinten? Das ist doch scheiße. Oder muss ich... Oben? Nee. Ach, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich probiere es einfach mal hier in die Richtung. Vielleicht kann ich ja hier... Äh. Nee, kann ich nicht. Okay. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Hier? Auch nicht. Nee. Hm. Nee, schade, schade. Hat wohl... Nicht sollen sein hier. Gut, daneben nicht. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück und porte mich mit dem Brunnen einmal wieder zurück, um quasi nochmal ein bisschen Leben und Erfahrung zu suchen. Dann beende ich den Part auf jeden Fall an der Stelle. Ich habe definitiv viel zu viel überzogen. Ähm. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und beim nächsten Part werde ich dann anfangen, die ganzen quasi Stellen, die ich bisher durchlaufen habe, nochmal durchzugehen. Denn ich habe jetzt jede Menge neue Fähigkeiten. Und werde nochmal nach, ähm, diesen Orbs suchen. Hier, nach diesen Lebens- und Geisterorbs. Damit ich hier mal ein bisschen, bisschen mehr was habe, wo ich drauf aufbauen kann. Weil mit diesen fünf Lebensorbs, da komme ich einfach nicht weit. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.